momentan beobachte ich sehr viele menschen die sich wegen der aktuellen situation sehr demotivieren beziehungsweise auch ihre lebensfreude mehr oder weniger verlieren und ich möchte jetzt einfach mal so einen kleinen video ausschnitt beziehungsweise so video sequenzen zeigen hier von der natur jetzt schon langsam es immer wärmer wird stetig ist nicht mehr so kühlerisch und regnerisch hoffe ich jetzt auch die nächste zeit aber jedenfalls sehe ich hier immer mehr wildbienen vögel und schmetterlinge es blüht langsam alles die natur erwacht immer mehr und daran möchte ich euch einfach teilhaben damit ihr einfach öffnen großen theater da im außen nicht so mit rein ziehen sondern auch mal dass er das kleine und das innere beobachtet denn die kleinen dingen sind meistens die die auch am meisten freude bereiten so 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 so